Wir haben es vorher schon mal geübt, wir haben es geprobt. Die Anfahrtshockey von vorne nach hinten wippen. Dann brauchen wir von euch ein lautes Zieh. Können wir das mal hören? Zieh! Sehr gut, dann gibt es den Absprung und dann wedeln wir mit den Fahnen hin und her, dass sich das Fernsehen freut, dass wir uns freuen und dass uns allen warm ums Herz wird. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier ist er. Bitte begrüßt mit mir den Mann, der schon in Oberstdorf zu Gast war, der in Garmisch zu Gast war, der in Innsbruck zu Gast war und jetzt hier ist in Bischofshofen Rainer Seidel, Fliegen mit dem Ski! Fliegen mit dem Ski, springen wie noch nie Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zur diesjährigen Vierschatzentournee Winter kommt und erst der Schnee, die Schanze hoch ist, ist Tournee Die Zeit bleibt einfach stehen, die Springer sind zu sehen Das Stadion von oben winzig klein, dort fliegen wir gleich hinein Wir sind zum Sprung bereit, die Ampel der Grünes ist so weit Wir gehen in die Anfahrtsocke Wir wippen von vorne nach hinten Und begrüßen den Springer, wenn er kommt Absprung Fliegen mit dem Ski, springen wie noch nie Oh wie ist das schön, ja das wollen wir sehen Schalalalala Schalalalala Fliegen mit dem Ski, alle Rufe ziehen 20.000 Fans, hier ist was los Die Stimmung, die ist riesengroß Wir schauen nach oben rauf Der Springer taucht gleich auf Wir gehen in die Anfahrtsocke Wir wippen von vorne nach hinten Und begrüßen den Springer, wenn er kommt Absprung Fliegen mit dem Ski, springen wie noch nie Oh wie ist das schön, ja das wollen wir sehen Schalalalala Schalalalala Fliegen mit dem Ski, alle Rufe ziehen Absprung Fliegen mit dem Ski, springen wie noch nie Oh wie ist das schön, ja das wollen wir sehen Schalalalala Schalalalala Fliegen mit dem Ski, alle Rufe ziehen Was für ein grandioser Sprung, das ist ein neuer Schanzenrekord Euer Applaus für Rainer Seidel Und damit wird es jetzt allerhöchste Zeit wieder nach oben zu geben zu Jakob Denn in wenigen Minuten, da darf es schon spannend werden In Sachen erster Durchgang